Ich habe gerade den Gegner zugeguckt. Das haben wir alle gemacht. Papa, wenn du und ich die Aufgaben fertig haben, können wir... Meine sind fertig. Ich habe die zu 100%. Ja, wenn meine fertig sind, können wir heute noch mal spielen, siehst du? Ich muss dann mal Skin-Dings gucken. Was? Ja, was ich da für einen neuen Skin habe. Oder Kostüm oder wie auch immer. Gegner mit einer Waffe, jedes Häufigkeitsgrade. Das müsste doch jetzt eigentlich bei dir mal fertig sein, Derrick. Das ist echt so, ich verstehe das gar nicht, was da jetzt los ist mit dem Derrick zu einer Aufgabe. Weil Grau, das kann ja nur noch Lila oder Gold sein, Derrick. Na, Gold bestimmt. Eliminiere Gegner bei Ego, Außenpassen oder... Ja, das ist dort, wo wir vorhin waren. Diese Militärbasen. Gibt es vier Stück insgesamt. Was macht du, ich suche Munitionsbehälter bei Orientierungspunkten? Oh Gott, ich fliege ein kleines Stück weiter. Ich lande nicht dort, wo schon wieder Tausende landen. Ich aber. Na, da bin ich ja gleich wieder da... Da bin ich gleich wieder tot, das will ich. Hier ist so eine Aufrüstbank. Das brauch ich nur genügend. Ne, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot. Komm, du stirbst, du scheiß Güterongel. Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot. Genau deswegen fliege ich nicht dahin, wo so viele sind. So, hab einen. Oh, ich hab nochmal Glück gehabt, ey. Ich hol gleich deine Karte. Ich hab hier auch noch eine Aufrüstbank bei mir. Und hier ist mehr als genug Stein, Holz, Metall. Ist die immer dort oder sind die immer mehr verschieden? Ne, die sind immer unterschiedlich. Oh, okay, schade. Weil sonst hätte ich beim nächsten Mal landen können, dann. Ja, die hat mich getötet, Derek. Oh, Junge. Mein Leben, mein Leben. Nein! Ernsthaft? Das sind über 300 Meter jetzt. Und genau, und diesen Grund hasse ich solches Geistgut-Hubor. Mann. Der Skin war letztens im Shop now. Diese Woche. Die Frau und der Mann. Aber hab ich mir die geholt. Ich weiß nicht warum, ich war einfach dumm. Da war ich ja nicht dort. Da war ich ja bei meiner Mama. Selina, du musst ja auch nie so viel Geld für Fortnite rauswerfen. Mach ich nie. Die Skins gibt's alle irgendwann im Battle Pass. Ne, die kommen nicht mehr im Battle Pass. Die wollen auch nie im Battle Pass. Die kommen irgendwann mal rein. Ja, stimmt. So, also euch holen kann ich nicht. Also, mich aber, mich aber. Dort oben ist keiner. Ey, doch, da rennt grad einer hoch. Ja, aber die Karte, meine Karte. Ja, aber da oben ist einer. Hopsch, bitte. Oh, scheiße. Kriegst du noch, kriegst du noch, kriegst du noch. Da. Und Selina ist weg, Mist. Ja, ich bin schon weg. Ich bin weg. Und jetzt... Ich bin weg. Ohhhh Ohhhh Oh man I wanted to die I wanted to die No immerhin achtzehnter so muss meine maus sind verschwunden von meinem computer der so ich muss jetzt mal ganz kurz gucken was ich alles gekriegt ich habe ein bild bekommen schön klett darauf den höchsten berg während du das outfit bergsteigerin benutzt ok die mache ich also machen wir noch eine runde bergsteigerin ich würde mal sagen gold weil ja bei gold halt selten ist so der höchste berg das ist der höchste berg müsste im schneegebiet sein wenn mich nicht alles täuscht ja würde ich auch sagen ich weiß welcher der höchste berg ist auch da ist oben so eine flagge drauf es ist so eine steht so eine flagge ok dann markierst du mir den einfach mal ja gut wenn ich das jetzt sofort finde auf der kopf direkt bereit das ist genau dort wo die wetterstation ist aber auch halt oben der berg ich habe das gerade im hintergrund gehört bei dir ich wollte noch mal sicher gehen also muss ich dort irgendwo hin gott gut oh das ist ja gleich am anfang ach da geht ja eh keiner hin was will denn was da gibt's eh keinen loot da oben ja sag das nicht die rennen die gehen einfach dorthin und hacken sich tot ja genau das ist dort hier oben so ja ja ich sehe schon ich sehe schon hier sollte wirklich niemand sagen ja sehr schön bitte sterb bitte sterb bitte sterb bitte sterb ich hab noch 42 hier ist ein orientierungspunkt so ich brauche hier munitionskissen kommt mal her ich brauch munitionskissen die aufgabe mittel und hier habe ich auf den clemen in ziel gemacht also also orientierungspunkt sind auch die ecobasen so weit schwer ist und dort hast du am meisten munitionskisten Okay Derrick, ich hab noch was für dich Bleib mal stehen Hier Ist der grad anwesend oder? Jaja Weil der steht einfach vorm Auto und der redet um mich Äh, der spielt aber grad Bei mir steht er grad am Auto Ha Ist jetzt bloß Vorbreit, hallo? Der weg Jetzt läuft er Hört ihr mich? Ja Ja, jetzt ja Ich konnte grad keine Waffe wechseln Und nicht Und hier gerade Ja, man sieht sich selbst Irgendwie bewegt Controller hat aber noch Saft drauf, oder? Äh, ja Gut Vielleicht war auch wirklich der Controller-Card getrennt Der muss sich dann den zweiten holen Ich muss meinen auch anstecken eigentlich Nee, das ist immer so Das ist immer so Das ist immer so Gestern hat es Als Was Gestern wo ich gespielt habe War das Auch so Und das liegt mich daran, weil ich und mein Papa durch gleich Papelung spielen Oder? Ich bin Ich mach hier weiter Ich will noch kurz mein Ladekabel anstecken Und schon wieder Dann hol dir mal den anderen Controller Kommst hier rein und holst ihn dir Hä, bist du gar nicht in der Stube? Nee, ich hab nen Fernseher und Playstation mal ins Kinderzimmer gebaut Achso So, ich hab den ersten Kill Hört der mich? Ja 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 Okay Hört der mich? Okay, weiter kann ich nicht Da unten ist jemand Und so, ich war Farbisch da schon Pass auf, da unten ist jemand Ich hab halt nur noch 12 Leben Geil Ich hab noch Bandagen Wisst du? Ja Oh Och, das war so... Oh mein Gott, mein Herz Wo? Ich bin fast so erschrocken Papa, wo? Äh, da wo ich hingucke Da, da ist am Stein Ha, Loser Geh erstmal zu Selina Okay Okay Hier, Eyck, hau mal den aus der Gruppe raus, der bei uns in der Gruppe ist Äh... Kannst du das, Karl? Ja, Knitscher Ja, Knitscher Wie ist denn das nochmal? Ja, der redet kein Deutsch Redet Englisch Ja, Knitscher Ich überleg hab, wer das nochmal war Ich glaub, den kennst du gar nicht Das ist dein Kumpel Das ist dein Kumpel Ja, ich weiß, dass es einer aus meiner Freundes ist, aber der kann kein Deutsch reden, der redet nur Englisch Äh, das ist aber bei mir ganz falsch Jetzt ist er weg Danke Kannst du kein Englisch reden? Nee So Ich und Englisch? Nee, ich stehe mit der Sprache auf Kriegsfuß Nee Mein Papa hat schon mal gesagt, er lebt in Deutschland und er redet auch Deutsch Und ich werd das genauso auch machen Wenn ich bei meinem Papa Englisch rede, nee, dann wissen wir, was passiert Kannst du überhaupt Englisch, Derek? Nein Das ist ein bisschen Aber Kommt ja auch in der Schule In der fünften Ich muss leider in der fünften Englisch werden Papa? Ja? Weißt du noch, wo wir noch mit der Mama zusammen gewohnt haben? Ich bin in der Falle reingerannt, ernsthaft Warte, warte Ich komm schon Hab's Oh Gott Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da eine Falle sein könnte Oh, hab auf Gott Ja, Medikit hab ich selber Achso Wir möchten uns dann aber erst einmal beeilen, weil die Zone kommt Ja Ja, schaff mir eh Sag das nicht, Derek Geh weg Oh, hier sind doch noch Gegner Nein 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 Nein, warum ich? Mann, nein Ein Papier Ich schieße dich in die Runde so Oh, im Ernst Ja, ich hatte ja noch 15 Leben Ja, ich hatte ja noch 15 Leben Oh, ne der ist gut Geh weg Sooo Dann Guck ich jetzt nach dem Skinner, dann werde ich mich erstmal verabschieden für heute Ich verlasse Ich verlasse erstmal Ich geh auch zur Lobby Und Und Was Basislager Tasche, alter Ego So Äh, Herausforderung Abgeschlossen Sehr schön Jo, dann wünsch Dann wünsche ich euch spät noch viel Spaß und Dankeschön Also wir werden bestimmt demnächst nochmal zusammen zocken Joo Tschüss Alles klar, tschüss Tschüss Werden bestimmt beim nächsten Mal noch mal zusammen zocken Tschüss